Willkommen in diesem äußerst sparsamen, sehr gut gepflegten Ford Focus Trend. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erleichtern einen besonders guten Einstieg. Der Kofferraum bietet jede Menge Platz. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Hinten finden bequem drei Personen Platz. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Sex, Airbags. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Lenkradfernbedienung. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem äußerst sparsamen Ford Focus Trend Turnier werden Sie viel Spaß haben. Der Motor ist sparsam und dennoch sehr spritzig zu fahren. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Kommen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von diesmal freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.